Hallo Leute, willkommen auf unserem Kanal Cook & Grill bei Levo. Heute machen wir Akroschka, eine kalte Suppe aus Russland. Die ist super leicht, super lecker und an heißen Tagen genau das Richtige. Wir fangen mit den Zutaten an. Hier habe ich eine große Salatgurke oder Schlangengurke, wie man sie nennt. Da trenne ich jetzt die hinteren Enden ab, schneide die Gurke in der Mitte durch und kratze das Innere raus. Das wird nachher zu wässrig und das mögen wir nicht. Wer es mag, kann es auch drin lassen, je nach Geschmack. Die Zutaten habe ich geschält und jetzt schneiden wir die Gurke in so feine Streifen, damit so kleine Würfel entstehen. Die Gurken habe ich jetzt zur Demonstration geschnitten. Ich habe hier aber so ein Wundergerät mit so kleinen Gittern drin, und der macht dann alles schön in kleine Würfel. Jetzt schneide ich die Gurke einfach in so kleine Teile und dann kann man das auch schon hier durchsieben. Die Stückchen sehen dann alle so aus, kleine feine Würfel. Es ist eigentlich egal, was man zuerst schneidet. Ich nehme immer das, was gerade zur Hand liegt. Die Zwiebeln schneiden wir jetzt auch in kleine Ringe. Jetzt ist hier das Ende übrig geblieben. Wenn ihr so große Bündel habt, dann könnt ihr sie nochmal in der Mitte durchschneiden. Und ich habe noch vergessen zu sagen, dass das hier ein ganzer Bund Lauchzwiebeln waren. Hier habe ich noch Schinkenwurst, die es geräuchert hat. Das sind so 500 Gramm. Da schneide ich auch die Enden ab und ziehe denen die Hand ab. Man kann auch normale Fleischwurst verwenden, wir mögen aber die geräucherte. Die schneiden wir jetzt auch in so kleine Würfel. Erst einmal durch, dann noch einmal durch das kleine Würfel entstehen. Jetzt kommen auch so kleine Würfel raus. Als nächstes schneiden wir die Eier, auch in Würfel, dazu einmal in der Hälfte zerteilen, längst durchschneiden und dann in Würfelchen schneiden. Dann haben wir auch noch kleine Würfel. Was ihr an große seht, könnt ihr nochmal durchschneiden. Aber so sollten die ungefähr sein. Wenn es jemand kleiner mag, kann es auch kleiner machen. Hier haben wir drei große festkochende Kartoffeln. Die haben wir auch schon abgekocht, geschält und die werden genauso in Würfel geschnitten. Jetzt können wir auch noch ein paar Minuten, erhöhen und wieder einmal nach oben. Und dann aus der Hälfte noch ein bisschen. Als letztes haben wir noch Radieschen, die tue ich in der Hälfte durchschneiden. Wenn ihr so ein Gerät nicht habt, könnt ihr es ganz normal weiter in Würfel schneiden. Das werden wir heute essen, weil es heute bei uns 28 Grad sein wird und deswegen haben wir uns entschieden Akroschka zu machen. Wir haben alle Zutaten jetzt geschnitten. Ich nehme immer Kefir. Ihr könnt natürlich auch Buttermilch oder Joghurt nehmen, aber mit Kefir schmeckt es uns am besten. Da habe ich zwei Dosen, das sind jeweils 500 Gramm. Dann nehmen wir einen Esslöffel Salz dazu. Ich schmecke es nachher noch ab. Vielleicht muss man noch ein bisschen mehr rein tun. Dann kommt der Pfeffer rein. Ein guter Schutz. Zwei Esslöffel Essig. Das schmecke ich dann aber auch noch ab, weil wir mögen es sauer. Aber wer es nicht so sauer mag, der kann es auch mit nur ein bisschen essen. Der Essig war 25 prozentig. Jetzt gebe ich eine ganze Flasche stilles Wasser dazu. Wem es nicht reicht, der kann halt noch ein bisschen mehr rein. Die Flasche ist schön kalt. Das Ganze tun wir jetzt vorsichtig umrühren, dass alle Zutaten und der Kefir sich drin löst. Ich werde jetzt kurz probieren. Also auf jeden Fall noch zweimal Essig und etwa noch einen Teelöffel Salz rein. Äh, einen Esslöffel meinte ich. Hier habe ich noch gefrorenen Dill. Ihr könnt aber auch frischen nehmen. Ich habe heute leider keinen gefunden und gefrorenen habe ich immer zu Hause. So einen guten Schuss Dill reinmachen und wieder umrühren. Und jetzt ist die Akroschka fertig. Ihr könnt sie kalt stellen. Und ja, in so einer Stunde könnt ihr es dann gleich essen. Wenn ihr alle Zutaten eh kalt gehabt habt, könnt ihr es auch gleich essen. Wenn nachden wir uns wieder auf jeden Fall sehen. Wir sind die Akronen. Und jetzt auf jeden Fall. Sprechen zu den Abmhüllen. Mein Leben ist einmal am Rundfunk. Untertitelung des ZDF, 2020